Musik Und damit jetzt kommen zu der nächsten Runde, da wir langweilig an diesem komischen Kuhstall weiterbauen. So, ja, hier geht es eigentlich jetzt weiter mit dieser schönen 75. Folge, nur, was ich in der nächsten Folge jetzt nicht machen werde, ich habe diese und nächste Folge so einen Scheiß gelabert, dass es mir, wie soll ich sagen, eher zu peinlich war, dieses mit Ton hochzuladen. Also, ich werde jetzt hier dann nur Musik dahinter tun. Also, ich schneide es jetzt gleich, wenn ich das jetzt gemacht habe. Also, so weit, wie ich halt dann noch schneiden muss, so ungefähr. Und, ja, nur damit ihr halt seht, was ich halt diese zwei Folgen dann gemacht habe. Nächste Folge werde ich das jetzt allerdings nicht sagen. Dann dachte ich mir, ich mache es wenigstens so und nehme das nächste Mal richtige Folgen auf, wo ich nicht so einen dummen Scheiß labere. Aber trotzdem noch für diese und nächste Folge trotzdem noch viel Spaß. Okay, kann mal Spaß sagen, egal. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.